Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play GTR 5 und hoffentlich wieder mit Gevalter Action. Wir haben hier Trevor mit seinem Helikopter und wir fliegen einfach mal Richtung Trevors Mission und dann gucken wir einfach mal was da so Sache ist. Also ich muss ja schon sagen, es ist nach wie vor immer noch geil, immer mehr Action, Spannung und Spaß. So, und da fliegen wir an dem Wahrzeichen vorbei, hier äh, ne? Weinwood steht da unten auf dem Schild, glaube ich. Ok, sehen wir gleich, wenn wir was weiter sind. Da unten ist auf jeden Fall ein Stau, oder? Da, Weinwood! Wuuuuh! Und wir kreisen hier so über die kleine Stadt. Weinwood Mitte ist auch noch. So, dann wollen wir mal ein bisschen da runter. Ding eiert aber auch rum wie sonst was, ey. Nee. Wir haben jetzt die Gefechtspistole auf Lager. Ja wunderbar. Will ich auch sofort haben. Wenn ihr mir geschenkt. Haha. So. Trevor, das freut du. Oh. Versuchen wir mal sanft zu landen. Oh, hat doch wunderbar geklappt. Wird eigentlich hier so ein Helikopter mitten in den Weg gestellt. Haha. Das geht gar nicht. So. Und wir laufen. Und wir laufen. Ja, wir laufen den ganzen Tag. Oh. Vorsicht. Crossing. Traffic. So. Gucken wir doch einfach mal. Was hier jetzt, äh, abgeht. Oh, er hat neue Klamotten an. Huh. Das muss man direkt ganz groß ankreiden. Oh. Trevor. Trevor is a... Trevor is a what? Trevor is a good guy. He's got family. Got kids, ain't he, Floyd? That's it. Right. Yes. Trevor. But the thing is, um, I ain't been with that many women. I don't find it easy. And, um, and Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place. And the fornicating? There was Mr. Raspberry Jam. Whoa. Whoa. Now, Mr. Raspberry Jam. He died a noble death. Bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they, when they look at it. Oh. Show me. Show me, Ward! I don't want to. Come on. Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Uh, yes. Look at me! Can you just... put your Johnson away, sir? Oh, Jesus. Yes, I work at the docks. And? Anything, uh, interesting there for a man like me? Well, I mean, I, I, I don't rightly... rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run! We got an inside man at the port of L.S. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got a tea. I really miss... Mr. Himbeermuse. Mr. Himbeermuse. Then, direct also the weight comparison. He's starting to start really well. No, I want... Uh, there, exactly. So. Begib dich zu Pier 400. Yeah. Go on, guys. Come on then, Floyd. What? What have you done for me? Like I said, I don't rightly know, what we got. You're going to have to be more exact in question, sir. Hey, now. Uh, we're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Floyd, I got a stick in the mud. Look, sir, please. Just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like... Like pornography or a perfect turn. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aid in my comprehension. Alright, alright. Well, how's this? Two hundred and thirty-six billion dollars worth of cargo came through the port of Los Santos last year. He's real good with numbers. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us... Oh! Oh! How will they go? Oh! We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Well, there's been all these, uh, Meriweather folks hanging around. Meriweather Security Consulting. Private army to the new world order. Private army to the new world order. My butt's gone. The folks waging outsourced shadow wars in 20 countries around the globe and recently cleared to operate on US soil. You're a reckless driver. Sounds like them. So there's a private militia in the port. What are they guarding? This one freighter? I guess now that you mention it... It ain't quite right. A freighter. Perfect. Can I get on board? No. No. They won't let you anywhere near it. They won't let you anywhere near it. The other day my colleague Ralph. I don't give a shit about Ralph. We gotta take a look. Is there anything else? Go park and get the distance. Yep. Will do. Go park and get the dispatch. If you hit the suit, I gotta check in. Remember, Floyd. This can go real wrong. Real quick. joggingид. Boah. Wegwer. There is noсь, what Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach son! Hey, ich will auch rein. Er vergnügt sich im Büro und wir müssen hier rumspazieren. Super. Wir haben ein Port, um 50 Meter zu spazieren. Was ist die Ausgabe der Ausgabe? Sie haben Kutters, 45-Foot-Response-Vessels, Luftwaffe. Sie werden nicht viel schneller gehen als sie. Especially wenn Sie etwas tragen. Vielleicht werde ich dich auf den Merriam-Turner überpassen. Ich habe gerade gesagt, sie haben die Luftwaffe richtig verletzt. Okay. Ja, es ist hier. Das ist das Freitag, was ich dir gesagt habe. Was denken Sie, dass sie auf ihn haben? Nein, wir sind nur Stevedora. Wir haben nicht gedacht, was in den Containern ist. Aber? Aber diese sind militärisch. Regierung. Was für das? Die Regierung-Stuff ist heiße Freitag. Er zieht auf, geht direkt durch. Diese Stuff hat nur hier sitzen. Du beginnst meine... ...Kuriosität. Oh, hier liegt auch die SS-Brücke, wo wir wahrscheinlich das Zeug von... ...löschen dürfen. Du! Wir brauchen zwei Leute auf der Handler. Ein paar Container und Baby müssen nach F. Das ist keine Frage. Geh auf! Ja komm, geh hoch da. So. Oh, wo müssen wir denn hin? Da steht überall so viel Poll im Bild. Uuuuuhhhhhh. Uuuuuhhhhhh. Nehmen wir den auf und dann hoch da. Das ist es! Jetzt müssen wir ihn über die Bay F. Ich weiß, warum sie sie Handler nennen. Weil sie Handeln wie ein Trailer werden. Das ist kein Spiel, Sir. Es ist schwerer Maschinerie. Danke, ich bin hoch als ein Kalt. Du solltest nicht in diesem Fahrzeug funktionieren, während du unter der Influenz. Ich werde dich unter der Influenz funktionieren, wenn du nicht vorsichtig bist. So. Das war ja schon gar nicht mal so schwer. Aber das ist so nah, wie du gehst. Nein, nein, nein. Ich muss ein paar Bilder nehmen. Ich sende sie zu meinem Mann, Ron. Ich brauche eine richtige Bildung. Da sind die Kräne, aber... Kräne! Perfekt! Oh, schau! Wo ist denn jetzt? Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur entschuldig. Warum? Ich habe doch nur das... ...eine Ding dahingestellt? Ich werde nur den Kalt. Ja, ich werde das Ganze spätieren. Ich habe gedacht, ich wollte das Ganze spätieren. Wir haben keine Konten, sie werden deinem Karte проверigen. Oh, ich bin nervös. Sie sind immer nervös, relax. Nicht immer, Sir. Sie sind nur über dich. Aber es ist nur... Ein Wäden, der Sie ist nicht mal. Er hätte besser es zusammenhalten. Dassel Sie die Geschichte abgeben. Ah komm, Pass auf, doch ich schon. So... Du bist gut! Der Mann ist auf dem Weg mit dem Weg. Er ist immer noch glücklich, wenn er sich nicht nach oben ist. So... Nummer eins... Es sind die Container. Bay B. Okay, wir haben es. Wir kommen sie nach Bay F. Ich weiß, warum sie die Handler sind. Sie sind die Handler wie ein Traum. Nein, das ist schwer. Es ist eine Maschine. Es ist schwer. Es ist schwer. Es ist schwer, aber es ist so nah, wie du gehen. Nein, nein, nein. Ich muss einen Bildern nehmen. Finde ich den Mann, Ron. Ich brauche eine gute Idee. Es gibt die Kräne, aber ... Kräne! Perfekt! Oh, schau! Ich denke, das ist schon ein Mensch. Zwei Ja ja Hallo Ich müsste das scheiß Ding vielleicht mal, bitte Oh mein Gott, ich fahr hier wie ein Anfänger Ich bin ein Stevedor, da war es zurückgeschrieben Jetzt sind die Beine-Surgeon-Bucks gebetet, um eine übernichtige Shoppingkarte zu spüren Ich habe keine Person zu verletzen, um dieses Job zu bekommen Devers alte Freunde, mit dem, ähm, mit dem Mit dem, mit dem, sagen wir nicht mehr Du hast keine Person, aber Darling Debbie hat wahrscheinlich das gemacht Und sie hat wahrscheinlich gefühlt es So, so ist das Ding steht da Okay, es ist zu über dem Kran für mich Dann gehen wir mal zum Kran hoch, ne? Lalalalalalalalalalalala So, Kran, welcher? Der hier? Huuui, ein kleiner Kran! Wollt ich schon immer mal fahren, so ein Ding? Hallo? Ach, da geht's hoch. Und ich laufe die Treppen nach oben auf den Kran. Und ich kletter die Leiter hoch. Ja, ja, mach doch mal keinen Stress hier, ey. Ich bin nicht vermittelt, Kranen zu fahren, Junge! Hey, du musst mich, deinen Union-Repp hervorheben? Wie schnell, wenn du in die Kabel, wie schnell, dass wir hier rauskommen können! Und rein da! Gut. Ich bin hier, was ich mache? Ich bin hier, was ich mache? Es sieht aus, du bist in line. Das ist in line. Geh die Sprecher hervorheben, damit es kann den Container holen. Ich bin hier einfach. Ich bin hier. Das ist inifying sie. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin hier. Ja, bin hier, ich bin hier. Okay, oder? Oh. So... So... Du hast es! Jetzt hol es auf, damit es die anderen Kontrollen wird. Und schaue es nach dem Ende! Geh uns nach dem anderen Ende! Bay Nummer 5! All the way to the end! Wir holen ihn mal runter. Und weiter geht's. Es steht auch schon ein kleiner LKW, der auf uns wartet. Was ist das? So! Oh ja, etwas schief drauf, oh mein Gott. Das nimmt man, glaube ich, verschnüttt. So... Geh in Position über dem zweiten Container in Bay 1! Und da ist auch schon... Nummer... Zwei? Zwei? Jojo! Ein wild gewordener Trevor mit Kran! Sooo... Nach Erdung, Nach Erdung! Großer Kran kommt! Sieht doch schon besser aus! Das ist die Idee, dass die Union ein bisschen verformt, der Träger, aber oh mein Gott. Es gibt ein Schlimmeres, denke ich mal. Ich meine, das ist ein paar Bilder, nicht wahr? Ich nehme ein paar Fotos für mein Junge. So, dann nehmen wir mal. Das interessiert mich gerade nicht, dass ihr beim Chinesen im Wohnwagen wart. Kamera! Bug ist vorne. So. Eine Wache an Bord, worauf hier? Eine Wache. Da haben wir eine Wache. So, dann kriegt er mal die Fotos. Äh, Ron, wo haben wir denn Ron? Ron, da ist Ron. Fotos gesendet. Wunderbar, dann können wir ja jetzt wieder hier runter, ne? Oh, aber nicht auf dem Schnellweg. Das hätte sonst wehtun können. Da vorne ist die Leiter. Und hin und da. Von dem kleinen Kram. Nein, runter nicht hoch. Trevor, ich weiß, dass du zwar manchmal etwas komisch bist, aber... Man muss es ja nicht übertreiben, ne? Huiii. Trevor, komm mal. Ich kann dich nach dem Schnellweg zurücknehmen. Wir können den großen Rig benutzen. Steig in den Laster. Oh. Dann tun wir das. Oh. 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 Wo ist das? So. Das war die. So. So. Ich kann es sehen, aber niemand ist bereit. Normales Regeln nennen uns nicht, Floyd. Wir gehen in. Ich weiß nicht. Die Regeln appellieren zu meinem ganzen Leben. Aber ich liebe die Regeln. Und guckst dich. Du bist ein Fehler. Du bist ein Verletziger. Du bist ein Verletziger. Du bist ein Verletziger. Du bist ein Verletziger. Ich liebe Ebra. Wenn sie dich liebte, sie wäre hier, oder? Aber sie ist nicht. Du bist ein Verletziger. Du bist ein Verletziger. Was? Dead End? So, mal gucken wo der uns hin nutzt. Okay. Dann bauen wir mal so ein Verletziger. Ich seh nix von da. Ich steh nix von dir, Floyd. Ich steh nix von dir, Floyd. Ich steh nix von dir, Floyd. Ich steh nix von dir. Ich bin ein Verletziger. Ich steh nix von dir, Floyd. Ich steh nix von dir. Das ist ein Verletziger. Wir haben nicht gehört von Wade. Was bist du? Mutter? Er ist gut. Ein Spillen sollte nicht so lange dauern. Es muss noch viel verdient werden. Es muss sich viel davon sein. So. Oh! Hey, hey, hey! Du kannst hier nicht durchkommen! Stichwort Zugang! Ich verstehe nicht! Ich verstehe nicht! Manifesto! Manifesto sagt, hier herbekommen! Hey, stopp! Wo die fucken du denkst du gehst?! Geh zurück! Wenn du dich verletzt hast, der Mann nicht Englisch spricht! Du musst die Manifesto nicht leid. Manifesto! Er sagte, er sagte, Geh weg! 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 Oh mein Gott! Verlässt das Sperrgebiet! Dann machen wir das doch! Ist hier irgendwo ein Auto, wo es schneller fährt als ein LKW? Ja, da vorne. Da vorne ist immer gut. Weil wir mit dem LKW sind wir, glaube ich, jetzt hier noch fünf Jahre unterwegs. Lala, lala... Ein blaues Auto sogar. Na komm. Geht doch. Ah, das hat keiner gehört. Ja, das ist gut. Ja, natürlich. Ich habe gerade ein Manifesto gefunden. Sie testen etwas an See. Es muss das sein. Jetzt, geh zurück zu arbeiten. Der TP, der ich konglomerate, ist nicht lebendig. Es ist nur ein Mann, der responsible. Ja, natürlich. Ja. Oh. Entschuldigung. 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 War Absicht. Ey. Platz da. Hier kommt Trevor. Achtung. Jagger mit dem kaputten Auto. Und hier müssen wir auch abbiegen. Ey, 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 ey. Wir fahren gleich auf drei Rädern zurück. Habe ich so das Gefühl. Ups. Ja. Alle... Alle getroffen? Gut. Passanten leben noch. Oh. Entschuldigung. Warum läufst du auch auf dem Gehweg? Okay. Den konnte man nicht umfahren. Aber dafür... haben wir noch 1,35 Kilometer vor uns, die wir fahren müssen. Wow, 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 wow. Und bei meinem Fahrstil, ob war das Überleben? Oh, Blut auf dem Motor. Wo kommt das denn her? Dann hat der Fußgänger auch noch alles versaut hier wieder. Die sich nicht schämen. So. Jetzt... Links abbiegen. Mach mal Platz hier. Ich fahr, als hätt ich voll gesoffen, ey. Das ist ja unfassbar. So. Durch die Mitte... Von dem Norden von Centroamerika? Oh, von dem Norden, von hier, von Los Santos! Wir bringen unsere Musik, unseren Sabor, und unsere Alme! So. Dann gucken wir was hier Sache ist. Trevor mit Tasche. Sieht mal total behemmert aus. Klopf, klopf! Oh, ho, 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 ho! What in the... Name of all things holy? Oof! I... I... I tried to stop it. But... It just kept... ...comin... 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 Oh, it's... There, there, Wade. Look, look, look. Betty, you're just not cut out for honest work, all right? Buh, 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 buh. Did you get what you needed? Yeah, 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 more or less. Yeah, I just got to, uh, figure out a place to plan this now. All right, this'll do, huh? That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd let her use him so. Well, it's, uh, low self-esteem, Wade. We gotta build them back up. Now! Mm, mm, mm. Mm, mm. Mm, mm. And... There. Perfect. There was a seat of the shoes. All right. So, based on my observations, I'd say these merry whether security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship so it's likely they're keeping it on ice The air land and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater Need a guy to plant the bombs a guy to look out from with a rifle and a guy to grab the thing whatever it is Underwater that means stealing a submarine of course, but you can find us one of them can't you huh? Now the other one is off the coast being tested they're running the operation from the dock where I last saw your cousin We'll need a submarine for that too and probably a chopper a big one We go out there look around underwater locate it bring it back here and find out what it is here to the cock All right, so what do you think container ship or whatever's offshore Hmm I think I'll take the ship from the ship Yeah It's gotta be the container, right? Yeah, the container You and Floyd can help and we'll bring along Michael and his unpaid intern Okay, all right What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep Wade here was injured in the performance of his duties Human waste has seeped into his very pores and I am sorry to say this but I don't think he's ever gonna smell normal again You can't go to the union You are union. All right, and you vouched for us. All right. You look at him, man. Smell him. Smell him Trevor Trevor, I you're planning a robbery on my place of work You violated mr. Raspberry Jam and God alone knows what else Damaged Deborah Look my lady and my union That's all I got So why don't we just uh, why don't we just let this all slide, huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off No! No bath! No bath! Okay, if you don't bath, okay? So, and how it goes, you'll see in the next episode, when it's again, let's play GTA 5. See you later!